so läuft das ding ich hoffe ja ist schon wieder eine weile her wir machen jetzt aber weiter bei kirby ich habe keine ahnung wo wir gewesen sind ich habe gerade die 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 spiel eingeschaltet und ich starte hier also ja ich glaube wir haben die wüste abgeschlossen kann das sein und müssen jetzt in die nächste welt oder ist in der wüste doch wir gucken gleich mit wüste erst mal hast du was zu erzählen weil dann hätte ich was verpasst nein hier kann aktuell auch nichts sein sonst hätte das gesagt ich denke hier können wir raus ich denke hier gibt es nichts für uns zu tun ich glaube hier gibt es gibt es eigentlich nichts für uns zu tun ich habe jetzt keine ahnung habe ich ja ihr habt mir nämlich einige secrets geschrieben aber hier habe ich die jetzt gemacht oder noch nicht oh gott ich habe echt ich habe keinen überblick mehr wenn ich jetzt irgendwas wieso hauptmenü nein wenn ich jetzt irgendwas verchecke was ihr mir geschrieben habt schreibt mir einfach noch mal nee also ich ich weiß nicht ihr habt mir teilweise so viele sachen geschrieben ich hoffe ich habe das alles schon vorher gemacht ich weiß es nicht wir spielen sind was erst mal weiter so wir spielen jetzt erst mal weiter wir haben genug zu tun nee wie komme ich denn wie kam ich denn wie wie ging das denn so ging das so jetzt will ich wüste so da will ich hin ok gut so haben wir hier noch ich glaube wir haben wir haben hier alles gemacht oder straße der schätze ja das sieht doch eigentlich ganz ordentlich aus hat auch alles in den haken da ist kein haken bei ok gut ja dann können wir ja kurz mal wieder so ein bisschen die welt hier erkunden und erstmal geheimnisse finden hier ist bestimmt ein geheimnis oder hier ist eine neue na hier ist okay hier taucht dann so ein stern ding auf nach der nach dem level ziemlich sicher hier ist ein geheimnis nein hier hier vielleicht aha aha da haben wir auch gleich so ein ding ok alles klar so das hier wird ein level wahrscheinlich werden das wird auch ein level werden gibt es hier mehr level oder täuscht mich meine zählung kann ich hier nach hinten nein hier noch was nein das wird auch lebt geht wie viele level wird es hier geben gibt es mehr level hier weil hier ist aha das ist eine münze ja weil hier ist dann ja das finale und dann geht es wahrscheinlich da hoch zum oberfinale oder sowas so könnte ich mir das aktuell vorstellen so hier kann ich rum aha da ist so ein ding oder hinter ist auch noch mal was das werden beides keine level sein sondern halt also keine einzelne level sondern okay ich kann mir nicht vorstellen dass hier nichts ist aber das wird da da wird was auftauchen noch mit der zeit mit der zeit wird hier noch was auftauchen ziemlich sicher okay ist das ab das auch was aber im moment tut sich hier nichts das sind entweder alles orte für für die kleinen dinge später oder es gibt einfach mehr level weil das ist auf das ist auf jeden fall ein level also das ist ziemlich sicher ein level das ist ziemlich sicher ein level das ist ziemlich sicher ein level das ist das boss level jetzt haben wir schon drei das ist kein level da wird so ein stern auftauchen und bisher sehr wenig secrets die ich hier finde und hier sind wir schon okay also das ist level 1 das könnten level werden 234 ah ja nee das sind dann sehen sind sechs level okay sind sechs level wenn ich jetzt richtig gezählt habe aber sehr secret technisch jetzt bin ich jetzt nicht so erfolgreich gewesen muss ich gestehen secret technisch war ich hier nicht so na gut ich meine meistens sind ja nur münzen die man verpasst na gut vielleicht war hier auch nicht so viel alles verpufft in der lava gehen wir rein verbotene feuer lande gucken wir uns das level an so ok uuuuuh sieht schon cool aus typisches apokalyptisches final welt level halt ja nice nice und natürlich geht da feuerwelle runter so was habe ich jetzt achso steine steine habe ich gegessen ist hier irgendwas dass ich gleich wieder am oh mein gott ok also das feuer sollte ich nicht berühren das ist nicht nur deko das tut weh gut aber mir scheint hier gibt es keine secrets die ich im moment verpassen könnte sheesh ah ok taucht der immer an der gleichen stelle auf was ist das gar nicht random wo die landen tatsächlich ok ich kann die aber auch nicht essen ja gut aber wenn die immer an der gleichen stelle auftauchen dann ist das ja nicht so schlimm da muss man ja nicht aus also muss man ja also weiß man ja was man zu tun hat ok hier kann ich nicht längs längs da oben ist so ein Viech der wird gleich Alarm machen oder sowas wobei wir sind nicht bei Zelda das dürfte den ok der macht Alarm aber das kann man glaube ich auch gar nicht verhindern so aber wenn jetzt du schon mal hier bist dann nehme ich mir gleich mal eine Fähigkeit mit ok soviel dazu kommt's so ab dafür und dann können wir hier nämlich schön ok komm ich kriege ich den gar nicht kaputt das ist doch bestimmt eine Mission den Typ da oben kaputt zu machen oder jawoll jawoll beziehungs oh zwei sogar ok da gibt's noch einen wo alter was mach ich denn gut hier gibt's was lecker essen ok mhm Schwert ja komm Schwert auf jeden Fall also das Meta Knight Schwert über alles so bestes Schwert da ist ne blaue Box nein das ist jetzt nicht so gut wer war hier hätte ich hier noch irgendwas hätte ich hier noch irgendwas machen können außer der Box oh ich hoffe nicht oh das war aber ja cool trotzdem ok also aufpassen wenn ich nicht schnell genug bin an manchen Stellen dann wird das ganze Zeug untergehen oh nein Schalter 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 aha ok war aber nur ne Dings ok da muss ich aufpassen dass mir nicht so ein so ein Teil irgendwann mal alles verhunzt oh ok das könnte nämlich gut für ne Mission sein ok ok also immer wenn so ne große Kugel kommt muss ich mich dann ziemlich beeilen da oben ist ja da ist der zweite Späne Doggy dann kriegt der gleich mal auf die Mütze ok so nicht muss ich hier hoch oder was äh äh ähm wie komm ich da hoch ah tschüss gut dann haben wir die Mission sehr gut und können mittlerweile auch schießen weil wir oh nein 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 Kristalle Kristalle Kiste oh da war sogar noch einer drin oh mein Gott oh nein es geht gleich weiter oh no hier saft der andere Kristall ok wir haben alle die waren optional also mit Sicherheit für ein Waddle Dee oder sowas ja ich hoffe das ist jetzt auch der erste weil wir haben bisher keinen anderen gefunden uh ah das ist frech mit den mit den Meteoren die hier ordentlich einschlagen das ist frech bitte sei der erste Waddle Dee yes sehr schön also bisher nüsch verpasst zumindest nüsch nichts ersichtlich dass ich was verpasst hätte sagen wir es so kann ich da rüber ist das so ein Ding was ich abmachen kann nein aber ist hier irgendwas es zeigt so es wirkt so als ob ich da nein kann ich nicht okay gut kann ich hier irgendwo hin ne ist einfach nichts ok weiter gehts weil ab jetzt kommt man auch nicht mehr zurück das ist ne das ist ne das ist ne Designentscheidung die ich nach wie vor nicht verstehe warum man nicht in die ab wow ah das okay das fährt hin und her ich wollte schon sagen war ich da wieder zu langsam und habe irgendwas verpasst aber das fährt einfach hin und her ok ah da ist ein Eingang aber ich kann hier nichts machen ok irritierend nein ich brauche den Maulwurf ok gut dass du wieder kommst jawohl jawohl huch Hilfe ok ah vielleicht ist mit dem Maulwurf da unten was nö ok also dann ist da halt nichts es bleibt irritierend aber es ist okay aha hier muss ich durch für den Woddle Dee ok nehmen wir mit nehmen wir mit und da wäre wieder Maulwurf Fähigkeit ok klar wenn man aber wie kann man die da drin verlieren weiß ich gar nicht oh ne jetzt komm ich da nicht hoch ach Kirby du kannst doch eigentlich höher fliegen was haben die denn mit dir gemacht so ok zack gut messen Maulwurf das sieht schon oh ne ich dachte da ist was aber ne es sieht schon echt cool aus also kann man nicht leuten da oben ist was wie komme ich da hoch ich weiß nicht ob ich wenn ich jetzt da reingehe da nicht mehr hinkomme ne also kann ich hier irgendwie puddeln ha das ist jetzt irritierend also komme ich da oben irgendwie hin zurück oder kann ich doch hier so außenrum aha oh mein Gott oh mein Gott das ist safe and secret ja finde die geheime Passage gut dass ich das Ding gesehen habe sonst wäre ich da nicht drauf gekommen aber das ist nämlich der Punkt weil normalerweise kommt man ja nicht mehr zurück wenn man in so eine andere Fähigkeit in so ein anderes Ding reingeht ok sehr schön war nicht mal ein Model D es war nicht mal ein Model D sondern es war einfach wirklich ein Secret gut 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 so gut dass ich die Box gesehen habe das wollte ich sagen so tschüss tschüss oh hat mir auch weh getan aber ist ok ok tschüss hat ist mit euch das mit euch hier kann ich hoch jawoll sehr schön sehr schön also Kapselmäßig ist es hier gerade wieder alles sehr schön So Tschüss Oh, oh Bricht es komplett ein? Nein, schlecht Kann ich da hoch? Muss ich da hoch? Ist da irgendwas drauf? Ah ne, okay Das ist sozusagen, okay, ich verstehe Ich hoffe, ich habe alles mitgenommen Was man mitnehmen konnte Ah, da ist wieder was Ah, da ist eine Münze Aha Ein Bonusraum Mit der Mahnwurffähigkeit, die wir schon haben Sehr gut Oh nein, oh, ich muss schnell sein Ja Ja Okay Scheiße Das ist das Gegenteil von schnell Eins Und zu langsam Ach, F Okay, raus und wieder rein Eieieiei Das war nix Ja, das machen wir nochmal Also muss ich da hinten anfangen Weil ich meine Wenn ich schon hier bin, kann ich den auch gleich mitnehmen So Okay Und jetzt kann ich hier In aller Ruhe nach oben Und dann hier rein Ja, jetzt haben wir es Easy Und dann geht hier der Waddle D auf Sehr gut Und hier wäre ich dann da hochgeportet oder was Ah ja Nice So Kommst du Papa Nummer 3 Sehr schön Da ist aber auch noch was Aha, nochmal eine Kapsel Jo, das ist schon eine Kapsel Nummer 4 Finde ich gut Jetzt kann ich hier zu dem Wassertyp werden Okay Was hat das denn jetzt für einen Zusammenhang Also hier ist man rein, ne? Kann ich da wohl? Aha Da muss ich jetzt aber wahrscheinlich schauen Dass ich mein Wasser wirklich Oh, ne, 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 ne Hier bricht jetzt alles ein, oder was? Ah, ich kann das verhindern Oh, zerstöre Meteoriten mit Wasser Oh Scheiße, aber dann habe ich jetzt Dann habe ich doch jetzt schon wieder zwei verpasst No No Ah, ich hätte safe mehr zerstören müssen Oh, hier ist mehr Okay, das Wasser hätte es dir so oder so gegeben Dann hoffe ich, jetzt kommen wir noch genug Meteoriten zur Verfügung Mal gucken Ah, jetzt, okay, 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 okay Schneller Die Meteoriten wollen alle zerstört werden Eins Zwei Drei Vier Oh, das hat nur zwei Was? Ah, ne, drei Vier Fünf Okay, okay, okay Ah, aber ich fürchte, es kommen keine mehr nach Ach, das ist doch Mist Dann muss ich bis dahin nochmal spielen Oder kommt hier nochmal ein Meteorit? Ich glaube nicht Ne Erinn 그렇죠 tenho Ah, ich kann nicht zurück, kann ich zurücklaufen und da noch mal irgendeinen Meteoriten mir wegsnacken. Lass mal Wasser holen. Also vielleicht kommen ja da noch mal Meteoriten nach. Aber ich fürchte eher nüchst. Oh, ich kann hier sogar rüber. Fallen hier noch mal irgendwo Meteoriten runter? Scheiße. Bis dahin komme ich nicht, ne? Wenn ich hier noch mal reingehe, kommen die Meteoriten dann noch mal? Oder bleibt es zerstört? Oder kann ich von hier aus Meteoriten abschießen? Durch Zufall treffen? Ich meine, hier fallen ja welche runter. Aber die trifft man halt nicht, ne? Die trifft man halt leider nicht. Kommentiert es vielleicht noch mal? Please? Ne, jetzt ist alles hier schon aufgeräumt. Ah, so ein Mist. Okay, eine Sache versuche ich noch. Dann müssen wir das Level halt sonst neu starten. Aber eine Sache versuche ich noch. Ist es möglich, als Wasserkirby in die Tür zu gehen? Ja! Dann kann ich die zerstören. Ah, es zählt nicht. Es zählen nur die Außen, oder was? Ach, schade. Na gut, es zählen nur die Außen. Es zählen nur ganz bestimmte. Ach, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Na gut, dann müssen wir das noch mal machen. Ist jetzt ja nicht weit bis hierhin. Aber ja. So, immerhin die Wotteltees haben wir vollständig. Immerhin die Wotteltees haben wir vollständig. So, ist hier noch mal irgendein Secret im Hintergrund oder sowas? Ne, ich seite nicht so. Okay. Dann noch mal schnell rein und die Mission erledigen. Aber das ist ja ärgerlich. Naja. Was soll's. So. Haben wir schon. Haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Haben wir schon. Okay. Wui. Wir müssen tauchen erst mal drei Millionen neue Sterne auf. Nummer eins. Okay, nur einer. Dann eben nur einer. Auch in Ordnung. So. Jetzt ist hier hucki zucki durch. Ganz schnell durch hier. So. So. Dafür können wir nochmal Kapseln mitnehmen Gab ja einige hier in der Welt Boah, leckt das bei euch auch gerade so? Mein Bild leckt gerade brutal Aber ich glaube es liegt einfach daran Weil ich hier doch recht schnell durchhusche Und das ist zu schnell für die Switch Die ist einfach nicht kompatibel für schnelle Spieler Okay So Okay Wir gehen auf jeden Fall nochmal die geheime Route Weil da gab es erstens richtig viele Münzen Und zweitens die Kapsel Ach komm Kirby please So Yay 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 Auch wenn ich nicht glaube, dass ich noch jemals so viel Geld brauche Aber man weiß ja nie, was noch so alles kommt Man weiß ja nie, was noch so alles kommt So Und da sind wir schon im letzten Abschnitt Dann muss ich aber unbedingt wieder über die Über den Bonus Level an das Wasser rankommen Sonst kriege ich die ersten Meteoriten nämlich nicht Das ist schon fies gemacht Weiß nicht Das ist schon fies Aber nein Es ist wie es ist So Hier war das ne Genau Hier muss ich warten Okay Okay Dann machen wir das jetzt halt einfach nochmal Warum nicht So Ach das hätte ich gar nicht machen Ich bin ein Trottel Hätte ich gar nicht machen müssen Zu dem Teleport kommt man so oder so Okay, alles klar Das war nur für den Waddle, die damals Okay Nehmen wir die Kapsel noch mit So Zacki Und dann Wasser Marsch Okay, ich hoffe, ich kriege diesmal alle Ich hoffe, ich kriege diesmal alle Weil ich habe halt nur einen Versuch Wo kam der erste? Wo kam der erste? Hier Okay So Okay, so weit, so gut Das waren schon mal drei Und die da hinten habe ich vorhin alle bekommen Also das sollte wieder funktionieren eigentlich Das sollte eigentlich wieder funktionieren Ja, schnell jetzt dahin Ganz schnell Okay 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 Ja, wir haben sie, wir haben sie, wir haben sie alle Sehr schön Wir haben sie, wir haben sie alle So, dann erstelle ich schnell ein Thumbnail Und lad den Part gleich hoch Dann kriegt ihr den jetzt noch Heute Abend irgendwann So, ein neues Ding So, ein neues Ding Nix neu Okay, ein neues war dabei So, ich bedanke mich fürs Zuschauen Und sage Tschüss Und sage Tschüss